Hallo zusammen, heute soll es um das Design und um allgemein die Optik des Settings gehen. Dieses Video hat ein bisschen länger gedauert, weil ich hier zu oft in Gelaber verfallen bin. Ich habe jetzt versucht, das hier so zusammen zu dampfen, dass ich eine grobe Erklärung davon gebe, was ich designtechnisch vorhabe, ohne dass ich dabei zu sehr in die Details verfalle. Aber bevor wir über das Design des Settings reden, müssen wir erst nochmal über das Feeling des Settings reden. Ich hatte das Feeling des Settings im zweiten Teil der Reihe mit Dominaria aus Magic the Gathering verglichen, aber das ist schon eine Weile her, also gebe ich hier noch ein zweites Beispiel. Mein Setting ist vom Feeling her ein bisschen wie Vampire Hunter D. Es gibt zwar Dinosaurier, Monster und Mutanten, aber es gibt auch Magier, Wehrwölfe und Vampire. Vampire, deren Schlösser rein zufälligerweise auch Raumschiffe sind. Und es gibt Cyborgs, die magische Gegenstände verteilen. Du bringst dein Pferd zum Mechaniker, aber du bezahlst mit Goldmünzen. Ihr wisst schon, diese Art von Setting. Das ist jetzt natürlich wie zu sagen, mein Setting ist genau wie diese 20 total superpopulären Fantasy-Sci-Fi-Sachen, wenn man all die Elemente ignoriert, die nicht miteinander übereinstimmen. Aber fürs ungefähre Feeling reicht es. In meinem Setting drückt sich dieser Sci-Fi-Fantasy-Mix dadurch aus, dass Technologie auf Magie basiert. Das heißt, es gibt zwar Laserwaffen und Powerrüstung und das ganze Zeug, aber es basiert auf magischen Formeln und nicht auf irgendwelchem Sci-Fi-Mambo-Jumbo. Den Hintergrund dazu hatte ich im vierten Teil dieser Serie erklärt. Wenn ihr ein paar mehr Details wollt, könnt ihr da reingucken. Und um zu erklären, wie daraus ein Design entsteht, muss ich eben kurz ein Beispiel ranziehen. Stell dir vor, du bist ein mittelalterlicher Lord und bei dir stürzt ein Raumschiff im Weizenfeld ab. Dein Hofmagier und dein Schmied gucken sich an, was in dem Raumschiff drin war und die können mit ein paar Sachen sogar was anfangen. Beispielsweise die Laserwaffen sind mehr oder weniger mechanisch einfach Armbrüste und die Magie ist relativ einfach nachzuvollziehen. Bei einigen Elementen wie Powerrüstung haben sie schon mehr Probleme, aber sie können zu einem gewissen Grad nachbauen, was sie da gefunden haben. Aber andere Sachen wie Replikatoren oder persönliche Energieschilde können sie einfach nicht nachvollziehen. Entweder weil das technische Know-how fehlt oder weil die Magie, die benutzt wurde, nicht wirklich verständlich ist für den Magier. Das heißt, von diesem abgestürzten Raumschiff kannst du als Lord vielleicht 10% reproduzieren. Und diese reproduzierten Elemente fließen in das Setting ein. Das heißt, wir haben zwar immer noch ein größtenteils mittelalterliches Fantasy-Setting, aber die Phaser, die Powerrüstung und Energiewaffen und was auch immer wir sonst noch für modernere Sachen haben, werden in dieses Setting eingebunden. In einer Art und in einem Design, das für die Menschen in diesem Setting Sinn machen würde. Nicht-gefestigte Kulturen, wie zum Beispiel Piraten oder Händler, die einfach von Ort zu Ort reisen und überall ein bisschen was mitnehmen, haben einen Mischmasch aus verschiedenen Technologien und verschiedenen Styles an sich. Während gefestigte Kulturen, also Kulturen, die selber diese Sachen produzieren, diese neu produzierten Sci-Fi-Elemente so in ihre Kultur einfließen lassen würden, dass sie für diese Leute Sinn machen. Es ist bewusst anachronistisch, also es gibt bewusst Elemente, die nicht in diese Vorlage aus der echten Welt reingehören würden im Fantasy-Setting, aber sie werden vom Design, vom Style und vom Feeling her in diese existente Welt eingebunden. Und natürlich gibt es auch Kulturen, die keine Technologie im eigentlichen Sinne haben, aber die dieselben Effekte und dieselben Annehmlichkeiten erzeugen können, indem sie einfach Magie benutzen, indem sie die Elemente bändigen, indem sie biologische Maschinen benutzen oder was auch immer gerade in dieses Feeling und in dieses Design reinpassen würde. Dabei wäre es vielleicht sinnvoll zu erwähnen, dass ich nicht dazu neige, Kulturen aus der echten Welt eins zu eins zu kopieren. Zum einen, weil ich in der Regel ein Außenseiter in dieser Kultur bin und darum nicht genug Verständnis habe, um alle Elemente der Kultur korrekt zu reproduzieren. Und zum anderen, weil einige Teile der Kultur nicht wirklich in mein Setting reinpassen würden. Wenn wir zum Beispiel den mesoamerikanischen Bereich nehmen, haben wir zum einen viele Kulturen zusammengematscht, was schon von Anfang an suboptimal ist. Aber so oder so haben wir hier Designs, die ich zwar mit minimalen Änderungen ins Setting reinnehmen könnte, aber wir haben auch ästhetische Ansichten, die nicht wirklich in mein Setting passen. Das heißt, ich würde die Kultur nicht eins zu eins übernehmen, sondern eine abgeleitete Kultur davon erzeugen, einfach um diese Fehler zu vermeiden. Dazu möchte ich erwähnen, dass ich es vermeide, Monokulturen zu konvertieren, also nur eine Kultur zu nehmen und zu sagen, das aber Fantasy, einfach weil das historisch gesehen sehr schlechte Ergebnisse erzeugt. Eben wegen den zuvor genannten Problemen. Ich bevorzuge es, mehrere Kulturen aus der echten Welt zusammenzulegen und dann die Elemente zu entnehmen, mit denen ich arbeiten möchte, so dass ich erstens eine größere Masse von Elementen habe, die ich entnehmen kann, und so dass ich zum anderen nicht versehentlich eine Karikatur erzeuge von etwas, was in der echten Welt tatsächlich existiert. Das hat den Vorteil, dass ich damit kreativ freier bin, ich kann mehr eigene Elemente einbringen, ich kann Elemente besser austauschen oder verdrehen oder was auch immer damit machen, was ich möchte. Und ich habe nicht das Problem, dass ich versehentlich jemandem auf die Füße trete damit. Und zum Ende möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich im Setting drei verschiedene Design Spaces habe. Also drei verschiedene Areale, für die ich Sachen entwickeln muss, die verschiedene Ansprüche und verschiedene Schwerpunkte haben. Als erstes hätte ich hier die fliegenden Inseln, das wäre das eigentliche Worldbuilding-Worldbuilding, also der Teil, wo die ganzen Städte, Religionen, Völker und Politik stattfindet. Der zweite Design Space wäre der Raum zwischen den Welten. Das heißt, hier gibt es einen Schwerpunkt auf Schiffen, auf Piraten, auf Handelsstationen, auf kleineren fliegenden Inseln, die nicht wirklich eigene Kulturen entwickelt haben und einfach nur eine Kolonie von anderen sind und dieses ganze Zeug. Hier sind zum einen die Kulturen weniger gefestigt. Das heißt, ich muss mir nicht überlegen, welche Kultur hat sich hier entwickelt, sondern ich muss mir überlegen, welche Kulturen haben sich hier vermischt. Wenn es einen kleinen fliegenden Handelsposten zwischen Kultur A und Kultur B gibt, muss ich mich fragen, welche Elemente von Kultur A und welche Elemente von Kultur B wurden hier übernommen? Welche Elemente von anderen Kulturen sind vielleicht wie eingeflossen und so weiter und so fort? Und zum anderen gibt es hier einen größeren Fokus auf den verschiedenen fliegenden Kreaturen, die ich designen müsste. Und zudem muss ich mir hier überlegen, was genau die Regeln sind, durch diesen Raum zu fliegen. Ist es einfach ganz normale Luft? Ist sie irgendwie magisch aufgeladen? Was passiert, wenn ich XYZ mache? Und so weiter. Und der dritte Design Space wäre die Ödnis. Das sind die Teile der alten Realitäten, die zusammengebrochen sind, aber die nicht aufgestiegen sind. Das heißt, es ist vereinfacht gesagt die Welt unter den Wolken. Und es ist mehr oder weniger Mad Max in den Ruinen von Atlantis. Das heißt, hier gibt es die Ruinen der Hochkulturen. Es gibt hier die verschiedenen Artefakte und verschiedene magisches Wissen und blau und blub. Aber die meisten Leute, die hier leben, sind mehr oder weniger einfach wilde Barbarenstämme und oder Mutanten und oder sonstiger Dark Fantasy Shit. Das heißt, hier muss ich mir überlegen, wie dunkel darf ich werden? Ich muss mir überlegen, welche Motivation haben Leute von über den Wolken hier runter zu kommen? Und welche Gründe gibt es dafür, es nicht dauernd zu machen? Dazu kommt dann allgemein noch sowas wie Monster Design oder Design der Welt und der Fauna und Flora und so weiter und so fort. Und das wäre jetzt im Großen und Ganzen das Redesign des Settings. Das dient jetzt einfach nur mir dazu, dass ich sagen kann, okay, was sind die Grundlagen, die ich mir selber gesetzt habe? Was sind die Rahmenbedingungen, in denen ich arbeiten möchte? Und für euch ist es einfach nur ein kurzer Auffrischer von, okay, was sind jetzt eigentlich die Regeln, nach denen wir hier arbeiten? Was ist gerade aktuell? Die Lore-Videos, an denen ich momentan arbeite, kommen zu einem späteren Zeitpunkt. Ich habe mir ein System überlegt, wie ich die ganzen Dinger hochlade und trotzdem noch anderen Content produzieren kann und ich werde nicht von diesen Videos und meiner Arbeit in der echten Welt erschlagen. Aber das kommt in einem anderen Video. Diese fünf Videos jetzt sind die Grundlage für dieses Setting. Ihr solltet eigentlich alles an den Grundlagen in diesem Setting verstanden haben, wenn ihr diese fünf Videos geschaut habt. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Nacht, Abend oder wann auch immer das Video schaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haltet die Augen offen für ein kurzes Mitteilungsvideo, was ich dieses Jahr so geplant habe. Bis denn!